Du bist Freelancer geworden, um deine Freiheit zu gewinnen. Du hast dich vorher eingeengt gefühlt durch deinen Chef, der dir sagt, was du zu tun hast. Doch plötzlich stellst du fest, dass du jetzt viele Chefs hast, die dir was sagen. Denn als Freelancer hast du vielleicht fünf oder zehn Kunden, die du bedienen musst, damit sie zufrieden sind und deine Preise zahlen. Mit KI kannst du dir deine Projekte aussuchen. Du kannst höhere Preise erzielen und somit mehr Freiheit gewinnen. Du kannst auch überall arbeiten als digitaler Nomade. Also hol dir mit KI deine Freiheit zurück. In meiner kostenlosen KI Masterclass zeige ich dir, wie du dein Freelancer-Business auf ein neues Level bringst. Wie du dich mit KI neu positionierst, mehr Geld verdienst und dein Business nachhaltig für die Zukunft aufbaust. Melde dich gleich an, hier im Button unter dem Video und ich freue mich, dich im KI-Webinar zu sehen.